Feuer Jungs zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crash Landing, nein, Feuer von Dings, wie heißt das hier nochmal? Feuer Lero. Feuer Lero, nein, wie viel von Forever Stranded? 2. 2. 11. 8 Milliarden. 4. Mit Miri und Katze. Oh-oh. Oh-oh? Und oh-oh klingt nie gut, ich habe ein bisschen aufgeräumt Leute, ihr seht das, hier ist Raumschiff sauber, diesmal war das nicht Miri, ich möchte nur betonen, dass das nicht Miri war, sondern ich. Das war dumm den Käfer zu essen, das war dumm, den esse ich nicht nochmal. Warum, was hat er gemacht? Der hat mich blind gemacht. Das war dumm den Käfer zu essen, das ist eine sehr gute Geschichte. Das war ein guter Käfer, der hat mich auch blind gemacht, obwohl ich jetzt extra einen anderen gegessen habe. Esst keine Käfer Leute, das ist nicht gut. Man wird blind von Käfern. Okay, ich würde sagen, wir gehen auf die Tinkerstool-Quest mal und müssen eine Stencil-Quest und so weiter machen. Ich muss nochmal komplett alles bauen, wie wir es sowieso schon hatten. Oh? Das ist nämlich der Quast-Craft-Quest. Ja, weil anscheinend für jeden das selber geht. Das heißt, Miri muss das auch alles einmal craften. Was denn? Einmal die Tinkerstools. Da brauchst du Holz für. Und welches Level brauche ich dafür? Gar kein Level, um das zu craften. Okay. Und wie crafte ich die? Mit Pattern. Einfach das Rezept kurz raussuchen. Stencil-Table und das andere. Stencil-Table und Part-Filder. Miri hat das noch nie gemacht. Miri, du stellst dich hier vorne vor. Guck hier, diese eins, zwei, drei Sachen musst du selber bauen. Eins, zwei, drei. Und dann guckst du dir das an, wie das Rezept ist und baust es. Hä? Er nimmt den bei mir wieder nicht an, obwohl ich es jetzt gecraftet habe. Äh, warum nicht? Ja, Moment. Ich habe ja auch letztes Mal das Ding gecraftet. Es hat nicht funktioniert. Ah, das war das Kommentar, was bei mir stand, dass das verbuggt wäre. Was? Was macht man dagegen? Es gibt einen Command in HQM, womit man das freischalten kann. Ähm. Dann mach du mal. Ich sortiere weiterhin deinen Scheiß. Ich habe keine OP. Aber ich guck mal ganz kurz. Warte. OP Items for Sacred. Bitte schön. Guck mal ganz kurz, unter welcher Folge das war. Woll ich das jetzt trotzdem craften? Nein. Wenn Kat sagt Putt, ist Putt. Ist Putti. Esst keine Käfer. Hashtag esst keine Käfer. Hashtag esst keine Käfer. Hashtag esst keine Käfer, die machen blind. Ähm. Faszinierend. Das ist jetzt bei mir gerade nicht drin. Ähm. Video Manager. Da muss ich ganz kurz unter Videos gucken, unter den letzten paar Folgen. Das ist jetzt für euch natürlich super spannend, aber das hat mir schon jemand als Kommentar geschrieben gehabt. Aha, die ja wichtig, dass wir das dann wissen, ne? Ja. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht. Das war glaube ich in einer der ersten Folgen, wo der Quest nicht funktioniert hatte. Ähm. Crash. Endlich eine Kiste. War das die Folge? Waterstone. Waterstone war doch die nächste, wo Wasser rauskommt, ne? Nein. Das ist ein Scheiß. Oh Gott. Ja. Doch, doch. Das ist es. Du musst, du musst zehnmal drum rum tanzen und dann kommt da Wasser raus. Ja. Ich mag das, dass Kassel sich darüber so aufregeln. Du magst das, dass ich dir das zutraue, dass du sowas Blödes geschrieben hast. Glückwunsch. Ja. Ja. Was ist das eigentlich hier? Ich krieg hier lauter, lauter Seeds von Iquisetum und sowas. Brauchen wir das? Ja. Warum? Wir alles brauchen. Achso. Nein, ich will wissen wofür das ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich such gerade immer noch nach dem Kommentar. Kannst du nicht die Kommentare irgendwie filtern? Ja, hab ich gerade gemacht und es kam nicht der richtige. Ähm. Ach, ich hasse diese Blazed Chuggernaut Dinger. Die wollen nur das Beste von dir. Deine Liebe. Mein Schwert ins Gesicht. Das war aber jetzt böse. Ähm. Das war eine Mage-Folge. So. Botania-Lexica haben wir schon. Okay. Irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Okay. Oh wow. Ich find's selbst damit nicht. Er hat wahrscheinlich das Kommentar wieder gelöscht. Faszinierend. Heels von I. Ja. Ähm. Beihilft uns nicht weiter. Du hast doch roten Farbstoff besucht. Den hab ich im Übrigen gefunden. Ja. Hab ich schon gesehen. Er wird wahrscheinlich in einer der nächsten Versionen wieder gefixt sein. Ja. Ich denk mal. Aber das gibt's uns halt jetzt nicht. Aber. Start. Wow. Ich hab das richtige dazu gefunden. Das Problem ist. Wie schaltet man die jetzt frei? Gibt es da nicht irgendwie. Es gibt die Möglichkeit, das so zu editieren, dass es funktioniert. Es gibt die Möglichkeit, das hier zu machen. Oh. Wow. Äh. HQM edit oder so? Ist das nicht so? BQ admin complete und dann die Quest ID. Das Problem ist, ich seh die Quest ID halt gerade nicht. Aber du hast auch OP. Also mehr als was du siehst, seh ich auch nicht. Ja. Ich weiß halt nicht, welche Quest das ist. Das ist das große Problem daran. Das Problem ist, wir brauchen die halt, um unten weiterzukommen gerade. Das ist echt ärgerlich. Blimme ist, es gab sogar eigentlich ein Update. Aber dann müsst ihr jetzt die ganze Server wieder neu starten für. Nee, da haben wir leider momentan keine Zeit für Menschen. Also wir haben es auf jeden Fall gebaut. Und äh, jetzt müssen wir nur noch den Quest mit dem Ding rauskriegen. Waddi's los, waddi's los. Bei mir ist ja gerade viel Inhalte. Tinker's Tape, äh, Quest Detect Bank. Es steht bestimmt, äh, es steht bestimmt da irgendwo. Ja, nee, leider nicht. Es steht gerade für mich nicht dran sichtbar, wo das ist. Okay. Aua, aua. Bist du ein Amber? Du bist ein Amber, oder? Fies oder bist du fies? Alter, was ist denn? STRG B! Oh wow. F3, jetzt hab ich dich. Okay, dankeschön, Hitbox. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Jetzt. Okay. Jetzt ist Schluss, Amber. Jetzt ist die Idee. Jetzt ist die Idee. Diese Dinger sind dann richtig, richtig nervig. Ja. Komm halt immer aus dem Nichts, weil hier alles quasi brennt und dann siehst du sie nicht und dann sind sie plötzlich da. Die brennen? Das große Problem ist, wir brauchen Prosperity Shards. Ähm, was sind das für Dinger? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das sind Shards, die wir für, das sind diese Shards für die Agriculture Sachen. Oh ja, oh, oh. Ja, wo kriegt man die denn her? Das ist aber jetzt eine gute Frage. Man kann die wohl als Erz finden. Äh, ich hatte eine Erzader gefunden, wo ich doch das gesagt habe, was ich nicht wusste, was es war. Die habe ich sogar markiert. Oh nein, habe ich die gelöscht heute. Oh nein. Das wäre so dumm. Warte mal. Stay. Nein, ich habe sie gelöscht. Oh verdammt. Ich, ach man. Ich habe sie extra. War das nicht damals, war das nicht das Magical Dimension Ohr? Oder das, ähm. Das war auf jeden Fall was Besonderes. Ja, das von RF Tools, wo wir danach auch drüber geredet hatten. Ach stimmt, ja dann war es das nicht. Jo, habe ich ganz viel aufgeräumt, ich bin so fleißig. Ja, wir sind so stolz auf dich. Ich kriege eine Zeugzeugkiste, wo ich dann einfach mein Zeug reinwerfen kann und du räumst es auch. Nein, es gibt keine Zeugzeugkiste. Das finde ich scheiße. Jeder räumt sein eigenes Mist weg. Nein, warum? Wie nein, warum? Ich musste auch immer deinen Scheiß wegräumen, also kannst du jetzt auch meinen wegräumen. Du musst des Katzes scheiß wegräumen. Deinen auch. Nein. Doch. Meistens ist Katze immer schuld gewesen. Also, jetzt gibts hier gleich einen auf die Löffel. Sowas lass ich mir ja nicht bieten. Geh doch. Tschüss. Bis morgen. Bis nächste Folge. Tschüss. Ist immer noch da. Ja. Hab noch das für dich. Neben. Einen hab ich noch. War jetzt auch nicht schwer. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und ich muss was suchen. Du musst schon die ganze Zeit was suchen. Mach mal lieber was Produktives. Würde ich ja gern. Aber. Wir haben es nicht da. Wie? Was Produktives haben wir nicht da? Die Produktivität von Katze haben wir zur Zeit nicht auf Lager. Die ist leider gegangen. Die ist leider gerade nicht vorrätig. Das ist ein Problem. Wir haben. Danke. Äh. Wir haben. Kein Satisfaz. Ne. Haben wir auch noch nicht gefunden. Das ist richtig. Das ist nur am weinen die ganze Zeit. Das ist nicht da. Das ist nicht da. Ich komm nicht mehr nach Hause. Da fliegt ein Gas. Und jetzt greift er mich an. Gerade hier. Wenn der mal unser Raumschiff ansprengt. Oder zerstört. Hau ich dich auch. Ein bisschen. Ich habe leider. Ich kann nicht mal mehr sprinten. Weil ich fast nichts mehr zu essen habe. Ha. 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 Hauptsache Spaß haben wir. Spaß ist das A und O. Das A und O. Ä und Ö. Ich hab's hier nicht sieben. Iridium Schatz. Ich hab hier sieben Iridium Schatz. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab hier einen Schumpf. Brauchst du den nicht? Hast du den nicht gerade gesucht? Nein. Ich hab Zertus Quarzzeug gesucht. Nein. Das ist ja fast das gleiche. Würde ich jetzt nicht behaupten. Ach. Jetzt bin ich gleich fertig. Ich bin 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 fertig. Nein. 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 Ich konnte nicht mehr sprinten. Was euch tun. Nicht sterben. Wir haben ja nichts zu essen. Ja. Das ist aber deine Schuld. Worauf soll ich das anbauen? Ich hab dir den Tank gebaut. Das steht drin. Das kann man mit Essen machen. Warte. Wir gucken mal wie das geht. Für Bibel. Erstmal hab ich da noch Blue Chest. Wuhu. Fläschchen. Toll. Wuhu. Ein Statchel. Ist das ein Scheiß Ding? Was ist das? Ein Rucksack der schlecht ist. Ist das. Oh nein. Der Juggernaut ist an meinem Grab. Oh nö. Oh. Die haben hier gemacht, dass Potions gestackt werden. Danke. Was seh ich dir? Mann. Dass der auch im Kreis immer um einen rum fliegt. Ich seh ihn halt immer nicht. Ja. Die Hitbox von den Dingern ist echt aussi. Da gebe ich gut und gerne recht. Die kommen auch immer von hinten und von vorne und von der Seite. Wir müssen glaube ich ein paar mehr von dem Bärenbüschen finden und anpflanzen. Mit dem Water Tank kann man halt auch jetzt irgendwie was machen. Ich muss gerade mal gucken wie das geht. Ich wollte gerade eine Beere pflücken und dann ist der Baum in die Beeren gewachsen. Farming in the Nether can be hard when water will not place down there. It's a simple block that also doubled up as a tank. Ja. Ich denke, dass du den neben das Farmlands stellst und dann ist das besser. Dann geht der als Wasser, ne? Ja. Wäre jetzt meine Idee dafür. Meins auch. Ich stehe das auf jeden Fall aus. Warte, da habe ich überhaupt die Requirements. Ja, fünf Buildings. Danke dafür. Tschüss, Skelett. Noch mal ein bisschen Erde mit. Weil ich habe hier so viele Seeds, die ich noch nie angepflanzt habe. Die probieren wir jetzt erstmal aus, was das alles ist. Also gut, Potato ist klar, das brauchen wir. Carrots. Das müssen wir nur alles vervielfältigen. Aber dieses hier, Plant on Nether Farmland. Was auch immer Nether Farmland ist. Plant on Nether Rack. Plant on Nether Farmland. Lone Seeds kann man anfangen. Stand near Lava. Stand on any solid surface. Wer hat denn da Brot reingetan? Brotgötter und zum Essen. Dann ho, Brotgötter. Oho, hoi ho. Oho. Ich bin da. Hallo und bin da auch. Ich bin da. Ich bin da auch. Ich bin da auch. Wo gehen wir hin? Was machen wir? Ich glaube schon mal nicht. Warum nicht so viele Party-Teame bei uns hier? Weiß ich nicht. Warum sehen wir hier so viele Mobs? Ich dachte ihr seid die ganze Zeit draußen. Embers und Blaze. Juggernaut Arschlöcher. Die Juggernaut Arschlöcher. Die guten alten Juggernaut Arschlöcher. Kann der mal verrecken und wir nicht auf so einen Keks gehen? Und hier noch blöde Embers. Sind noch gar mehr als eins. Ein blödes Ember. Und noch hier so ein Hüpfe-Hüpf. Hüpfe-Hüpf. Noch ein Ember. Noch irgendwer, der nervt. Nee. Hüpfe-Hüpf. Der Hüpfe-Hüpf war nervig, ja. So, davon nehmen wir eine Ladung mit. Was ist das? Das wird ein Beet. Haufe ich zumindest. Okay. Geh mal weg. Hopp. Theoretisch soll das jetzt bewässern. Weiß zwar nicht wie, wenn da kein Wasser drin ist, aber... Du sollst ja auch Wasser rein tun, du lauter. Ja, aber haben wir Wasser? Nie. Wurden Crucible-Craften? Wasser machen, du Baum. Haben wir nicht diesen Water Stone oder wie das Ding heißt? Ja, stimmt. Wir tun den Water Stone ein. Wow, wir brauchen tweeted Sticks dafür. Wow. Jetzt schon? Jaja, für das brauchen wir tweeted Sticks. Nicht für den Water Stone oder was auch immer du meinst. Ich hab was anderes gecrafted. Also Barrel nehmen und dann Leaves abschneiden und dann gib ihm. Leaves holen. Wer? Ich geh Leaves holen. Achso, okay. Danke. Oh, the Leaves are miau. Das kann ich sehen. Was hast du schon wieder gemacht? Ich hab Hunger und habe trotzdem wieder die Käfer gegessen. Käfer essen? Nein, nein. Käfer essen? Nein, genau. Damir, diese Blätter musst du hier rein tun. Hier. Nee, sicher? Haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Nee, noch nie habe ich Wasser gemacht. Ja, dann ist ja gut. Dann lernst du es jetzt. Wer macht denn da gerade so Mikrolegs hier gerade? Komm wieder. Sicher? Nein, da kommt Erde raus. In den Oak Crucible. Du Laubgemüse. Ja, ja. Den haben wir aber noch nicht. Du, 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 du. Dann crafte doch eins, Blaulie. Der gerade exprimiert. Er hat gesungen. Ja, du, 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 du. Ist das anstrengend, mit Blaulie zu spielen, ey? Nur weil du es als anstrengend empfindest. Ich empfinde das gar nicht als anstrengend. Ach, wieso nur? Das ist ja echt hart, ey. Sagst du, oh Crucible, das geht nicht. Ich habe jetzt ein Anvil gebaut, das geht nicht. Du brauchst sowas ganz anderes und motzt erst mal. Ich habe ihn nicht gebaut. Ich habe einfach das genommen, was da so rum stand. Dann machst du doch gerade jetzt auch noch super eine Quest dabei, weißt du? Ja, geht nicht. Weil wir brauchen Living Wood dafür. Nein. Kein Ernst. Das war das Problem. Ich erinnere mich, ja? Ich sehe da jetzt kein Problem drin. Wieso brauchen wir denn jetzt schon Botania Blumen? Sind die doof? Das Problem ist, wir können die hier nicht aus Flowers herstellen. Wir können die nur aus den Mushrooms herstellen. Ich habe dich nicht angeguckt. Ich habe dich gar nicht angeguckt. Ah, Miri. Er ist nicht amused. Kriege das. Ich bin Miri Bodyguard. Siehst du, habe ich geklärt für dich. Danke. Baby. Das Farmland hat nicht funktioniert. Das Wasser ist kaputt gegangen. Das Wasser? Das, was nicht da ist. Okay, warte mal. Jetzt gucke ich erstmal, was diese komischen Sporen hier machen. Plant near Lava. Lava? Bitt du hier irgendwo? Da ist Lava. Komm mal her. So. Okay, was wächst da raus? Keine Ahnung, was da auswächst. Bitt. Hörifürürürürürür Lava. Plant near Lava. Okay, das platzen wir mal da hin. Und dann habe ich noch... Dieses Seed, die ich nicht weiß. Dieses Seed, die an jedem solid. Ey, ne, 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 nicht, nicht. Wenn der im solid surface wachsen soll... Was ist denn das, was da hochkommt? Das könnte auch mit Bohnenmehl gehen. Wir versuchen es mal, ob es mit Bohnenmehl geht, Leute. So, diese ganze Scheiß muss jetzt hier wachsen. Was ja nicht ist, was Nether Farmland ist. Ich denke mal, das wird das Nether Rack mit dem Gras oben drauf sein, wenn du es mit einer Haube arbeitest. Nee, es ist einfach Soulcent, wenn man das in der Haube arbeitet. Was? Oh. Das sind jetzt vier verschiedene Blumen, die ich angepflanzt habe, die wir alle einiges von haben und ich nicht weiß, wofür sie sind. Aber dass wir jetzt kein Wasser kriegen, ist blöd. Wir können gleich rausgehen und hoffen, dass es regnet. Ich habe vier Steinis, die heucheln mir das ins Gesicht für die Aussage. Warum? Warum unterstützt du nicht mal meine Theorie? Ich bin mal ein bisschen dagegen. Aua, fies. Aua, fies. Der Essig geht vorbei. Ah, hier ist noch einer. Ausgleichende Gerechtigkeit. Schön sowas. Ich habe mir... Meine Rüstung! Oh nein. Oh nein, fies. Reden wir noch mal über Ausgleichende Gerechtigkeit. Me lachen. So, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt die heutige Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommt morgen wieder, dann gibt es die nächste Folge. Guckt bei Miri und Katze vorbei und lasst eine HH bei Katze im Chat da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt schön feurig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cranes up.